die pokémon company beziehungsweise nintendo hat nämlich eben aus dem dicksten gameplay trailer zu pokémon karmicin und purpur released und einen richtigen gameplay trailer haben wir ja noch nicht gesehen ich habe auch schon was zu einem neuen pokémon gesehen also es wird auf jeden fall sehr spannend dann würde ich sagen gehen wir direkt mal rein sag mal bitte dann auf wie der ton ist ja langsam ist zeit langsam wird es heiß umfahren okay aha tauschen ja es ist nämlich so jetzt wenn man es mit anderen normalen normalen pokémon spielen vergleicht gibt es drei verschiedene wege die ihr einschlagen könnt oder die man machen kann ich weiß noch nicht ob man die alle machen kann oder nur ein davon jedenfalls gibt es diesen ganz normalen pfad mit arena leiter und der beste werden mit pokémon kämpfen dann gibt es das was ich gerade gesagt habe mit der schatz suche wo du irgendwelche gewürze und so einen rotz finden muss und dann gibt es noch den pfad wo du gegen ein team rocket kämpfen muss und das quasi besiegen muss also diese drei pfade gibt es okay was sehen wir was sehen wir sehen viel nichts leider keine pokémon zwei bäume viel gras schlechtes wasser wo man bestimmt wieder nicht rein kann okay this trainer is battling a pokémon watergun workup wing attack aqua jet quaxli 41 hp der hat fünf pokémon dabei level 15 zählen ok das war gar kein schaden ist das ein re-release ja n64 ah da konnte was denn du kannst auf welfe 15 schon diesen tester zeug machen auf welfe 15 schon also das kannst du anscheinend direkt am anfang machen tera kristallisiert gegen wildes pokémon aber jedes mal diese animation ich hoffe da gibt es irgendwo ein button wo man das ausstellen kann das zieht ja so viel zeit trotzdem kein schaden guck mal bitte ich will es nicht immer wieder sagen aber da ist da was ist das also erstmal was ist da programmiert und sorry sharky das kriegst du besser hin die wende und so als designer also guck mal den baum da hinten guck mal den baum an und wir haben manalorts gestern gespielt von einem einzigen typen es tut so weh es tut so weh es tut so weh es tut so weh es scheint zu sein ein jigglypuff aber warum ist es so schweinbar besser erläutert und starte eine battle wow erläutert 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 okay das erklärt mir schon mal einiges und auch Fragen die ich hatte es gibt also diese leuchtenden pokémon und die haben random irgendeinen tera typen okay die frage ist halt kann man diesen tera typen später noch ändern das wird natürlich spannend für kämpfe sparkly wild pokémon will terastalize in battle da sah pokémon äh da sah akurina of time besser aus ja ist so this jigglypuff seems pretty tough but quaxly is strong too dealing enough damage to a wild terra pokémon causes its terastalization to come undone okay und dann kann man es fangen fangen ist anscheinend wie immer nice oh was sehen wir hier sekunde ei so was da normal teratype okay der teratype steht dann immer mit dabei da links sind wir die pokémon dieses komische schlick da quax hubbelupf okay 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 completely different from their regular type any pokemon is capable jedes pokémon kann nämlich jeden der 18 verschiedene typen als teratype haben das ist gut ey das wird so ein das wird so krass werden wenn man das noch einzeln wechseln kann was man da für krasse taktiken machen kann man kann einfach jedes pokémon auf jeden typ spielen das wird so geistes gestört was haben wir hier quaxly befindet litleo bla 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 ja das ist gut das macht vieles einfacher aber man kann es nicht fangen anscheinend an ne ok ok das sieht so reingeschissen aus oh gott habt ihr das gesehen also erstmal die berge ne oh gott hilfe diese pokémon sind so hilfe das tut weh guckt euch den stein an hilfe was sind das für eine für kanten hier so sieht kein stein aus moin xerox nächste der trainer öffnet seine map um zu sehen wo er zu gehen möchte du kannst ein platz als euer destination um sich auf dem Weg zu halten dann können wir auf den legendären pokémon miridon und gehen und was haben wir hier das verstehe ich noch nicht so ganz das verstehe ich noch nicht so ganz kann man also am anfang direkt das legendäre pokémon bekommen darauf fahren aber nicht damit kämpfen weil das war ja gerade der gleiche typ und wenn man es so chronologisch sieht wie sie es gerade erklärt hat hast du am anfang quacksel 15 und ein legendäres pokémon was du aber nicht benutzen kannst riesig aus aber groß scheiße ja ich glaube so riesig ist es gar nicht guck dir guck dir das an was ist denn das für eine auflösung was ist das für eine auflösung hier ich glaube da ist feuer drauf aber 240 pixel oder so ist das oh gott time to face team star our trainer rang the bell and barged into the base that takes some guts but things look bad there are lots of grunts around and they keep sending ach guck mal du kannst die ganze zeit pokémon raus denn das ist ganz cool oh das ist gut there we go all the grunts have been defeated at last oh wait is that some kind of tricked out car it is es wurde gewunkelt dass das auto ein pokémon ist the boss of team stars fire auf dem handy erstellt selbst wenn auf dem handy wäre sie es besser aus und übrigens das hat nichts mit der nintendo switch zu tun das hat nichts mit der switch zu tun das ist die faulheit und die und die ignoranz von nintendo oder gamefreak vielmehr gesagt gamefreak nicht nintendo sorry time for these trained up pokemon to battle you'll have to wait for your own adventure to see how a battle like this plays out now let's check in on another trainer how's her adventure going aha she's using the craftable du kannst auch noch craften was 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 ach du kannst ach guck mal es gibt ligapoints und dann kannst du attacken craften du kannst attacken also tms quasi craften finde ich ganz cool oh gott das heißt man muss auch richtig viel sammeln und so the tms machine lets you make your own tms also known as technical machines using materials pokemon drop when you defeat or catch them ja man muss wahrscheinlich viel oh gott das kann auch scheiße sein aber um ab ja könnte ganz cool sein ne so jetzt hier jetzt hast du endlich mal ein bisschen gameplay okay sounds like arvin her friend in the next grade up need some help oh gott to give arvin a hand Hilfe bitte guckt ich bitte ich bitte guck mal wie scheiße das aussieht oh gott oh 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 größte franchise er macht am meisten milliarden im jahr auf der ganzen welt von allem größer als apple größer als google größer als alles werden wir irgendwann ein schönes pokémon bekommen noch mal was stand da linktrade linktrade, surprise trade, link battle, battle stadium, mystery gift okay terra raid battle okay das wird wahrscheinlich so wie diese nester in schwertschild sein und union circle hey, was ist unser trainer jetzt von allen momenten? ja, girafferig kann sich entwickeln zu firagabiff oder so und hier hat sie sofort girafferig zu ihrem team und sie wird es in der feld und trainieren für ein paar battlen das ist so schlecht inszeniert ne, das ist eine neue entwicklung girafferig gibt es seit der zweiten gen hang on, did its tail become its head? or is its head wearing its tail? what an unexpected evolution seems like girafferig has evolved into firigara in the paldea regions pokedex you can see photos of pokemon as well as information about them so you can get to know them even better oh god oh god aua guckt euch die frame rate von der windmühle an bitte oh god oh god bitte guckt euch die frame rate an bap 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 so so Es sieht aus wie ein großer Park. Jetzt, dass die Trainers Pokémon stärker sind, sieht es, dass sie ihren Weg zu einem Gym gemacht hat. Sie ist auf der ganzen Weg. Die Geschichte, wo du alle 8 Gyms bekommst, um die Champion-Rank zu erreichen. Mimona, der leuchtende Trainer, der dir die Räume zeigen wird, ist alle aufgelistet. Bevor du einen Gym-Leader bieten kannst, musst du zuerst den Gym-Test an ihrem Gym passen. Es ist besser sofort angefangen. Okay, das ist der Gym-Test. Das ist der Gym-Leader. Hier kommt Grasius, der Gym-Leader-Grasse-Type-Gym-Leader, mit einer wunderschönen Entrie. Woah! Pseudo-Woodo-Terrastilized und wurde ein Gras-Type-Type. 5 Ge� initiatives 6-Leader-Grasse-Type 3-BS, ey, selbst 3-DS hört besser aus- Touren. Have to go to that one! Also... Das ist so wieder hink kept broken. Aha! Ja, sie wird zurückkriegen, indem sie ihre eigene Pokémon terastalizeit haben. Plydo wurde ein Flugzeug. Nun sollte sie einen Blick gegen diesen Gras-Type Pseudo-Woodo geben. Keine Ahnung, wer oder was du gegen bist, mit einigen smarten terastalizingen, ich habe nichts zu gefährden. Ich kann nicht erwarten, wie die Kriege zwischen terastalizeitem Pokémon werden. Dieser Trainer geht in ein Haar-Salon, um Dinge zu sparen. Oh, schau mal an diese Optionen. Wer ist bereit, zu wählen? Oh, ich habe auch schon immer so. Und jetzt, um den Blick zu erfüllen. Es ist viel, zu wählen, zu wählen. Ich fühle mich, dass ich alle Zeit an diesem Tag spende. An einem Tag. Och Gott, Selfies. Oho. 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 Heute haben wir ein Team-Meeting. Was können wir noch beim Picknick, was können wir da noch reinbringen? Lass uns unser eigenes Brot belegen. Mit irgendwelchen random Sachen. Oh Gott. Ich brauche durch den Mund getrunken. Ich habe ja gleich geflogen. Und's auch eher rief genutzt. Oho. 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 ihr wisst das, diese Bären konnte man sich zusammen mischen. Verschiedene Bären zusammen mischen und dann konnte die den Pokémon die geben und dann haben die Schönheit und so einen Scheiß bekommen und so konnte man sich auch Melotik entwickeln. Das hatte irgendwie noch einen Sinn und irgendwie hat das in den Spiel gepasst, weil es diese neuen Wettbewerbe gab und so. Das war nervig, aber es hat irgendwie in den Spiel gepasst. Aber was ist das für eine Scheiße? Was hat das mit Pokémon zu tun? Oh Gott. Oh, das sieht so scheiße aus. Guckt euch mal an, die das Brot aussieht. Was ist das für eine Auflösung? Das geht auch noch auf Zeit. Seht ihr, da oben ist eine Zeit. Hier ist eine Zeitangabe. Oh, sieht aus wie es ein Hitschiff ist. Okay, es sieht sehr aus wie Schwerdschild. Da haben wir einen Schanera. Man kann ein Pokémon auswählen. Die haben Zubiris genommen und Farigiraf. Already. Change your Pokémon. Canceled. Remini Time. Link Code. Spannend, okay. Und der Terra-Typ, der ist auch schon drin. Du weißt also, es ist Schanera mit Geist. Das bedeutet, also ich befürchte, man kann es nicht wechseln. Ah, es geht diesmal auf Zeit. Bei dem Schwerdschild hat man eine 10 Runden Zeit. Hier geht es auf Zeit. Wo ist die Zeit? Ah, da oben. Ah, wie Pokémon Go. Hier, Pokémon Go haben die erst gemacht. Gut. Was ist jetzt, wenn wir einen in der Party haben, der immer eine Minute braucht, um seine Attacke auszuwählen? Ich weine, die hätten gesagt, man müsste nicht warten oder so, ne? Man kann immer einfach angreifen. Da muss gar keine Attacke auswählen oder wie? Das ist komplett automatisch. Okay, wird recovered und kommt wieder. Ah, doch. Ne, doch, battle da, stand battle, okay. Ja, es ist sehr wie Schwert und Schild gemischt mit Pokémon Go Raids. Und ich wette, es kann aus der Gruppe wie bei Schwert und Schild, wo einer Giga-Dinamax machen konnte, nur einer diese Terra-Tera-Kristallisierung machen. Oh, wow! Das war eine wunderschöne Terra-Raid-Battle-Viktion. Und mit dem kommt die Chance, dieses Terra-Pokémon zu kippen. Dann kann man spannen. Ich bin gespannt, ob auch wieder Schein-Raids kommen werden. Oh, right! Die Chance mit einem rar-Tera-Type ist jetzt Teil des Teams. Also, was du denkst? Während du einen Blick an diese vier Trainer-Journeys hast du einen Glimmer von etwas, das dein persönlicher Schild zu sein? Ich werde auf jeden Fall Gim machen. Sieht man endlich mal die Entwicklung? 18. November, da werden wir aber richtig rein suchten. Na, schauen wir mal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, vor allem grafikmäßig. Ich, ja, keine Ahnung. Gerne Follow auf dem Kanal lassen, wenn ihr die Let's Plays nicht verpassen wollt und dann, bis zum nächsten Mal. Hol rein! Tschüss!